Er wird nicht kommen. Das ist ein Trick. Siehst du, Mama, ehrlich, es wird alles gut. Oh, tue, Buse. Es ist nicht zu spät dafür. Mama, mach mir das nicht kaputt. Ich bin pünktlich zu Hause. Ich muss diesem Jungen die Wahrheit sagen. Dein Vater hat mich genommen und du wurdest in Sünde geboren. Und diese Sünde... Und diese Sünde gebar eine neue, eine schreckliche Sünde. Wenn ein Mann oder Weib eine Hexe sein wird, die sollen des Todes sterben. Man soll sie steinigen. Ich warne dich, Mama. Die Hand des Teufels. Bitte tu das nicht. Das Gericht wird über dich kommen, Carrie. So wie Isabel vom Turm gestürzt wurde, das auch...